Alter, ist das ungewohnt. Holy shit. Es ist lange her, seitdem ich so geflockt habe. Okay, meine Lieben, ich sage es euch, wie es ist. Ich habe es vorhin schon gesagt gerade. Das ist so ungewohnt, jetzt wieder so frei und normal im Alltag in so eine Camp zu sprechen. Ihr wisst Bescheid. Für alle, die mich länger jetzt schon verfolgen, die letzten, ich weiß es nicht, Digga, wie lange ich da jetzt schon am Start bin. Sagen wir mal zwei Jahre oder zweieinhalb. Ich habe am Anfang meiner YouTube Sache so extrem viel geflockt, eigentlich nur geflockt. Teilweise drei Vlogs in der Woche hochgeladen. Klar, manchmal gab es Challenge-Bla-Bla-Bla. So ein Vlog-Ding war eigentlich das Main. Und jetzt gerade hat es sich auf meinem Hauptkanal so dazu entwickelt, also auf Manuel Haas, dass ich da einfach so Challenge-Videos mache, etc. Auch mit anderen YouTubern manchmal, bla bla bla. Und ich habe mir jetzt gedacht, Leute, weil ich einfach schon sehr, sehr lange eine Idee im Kopf habe, dass ich einen zweiten Kanal launche, wo einfach Vlogs kommen aus meinem Leben, wo ich euch alles zeige. Natürlich werde ich jetzt nicht jeden Tag vloggen, aber einfach so, ich weiß nicht, ihr könnt mir immer gerne eure Gedanken reinschreiben, was ihr davon hält, so ein Vlog die Woche einfach. Und ich habe halt Bock, weil da kann man halt auch so, wenn man verreist, wenn man unterwegs ist, ist das viel geiler nochmal und viel näher für euch mitnehmen, als wenn ich dann dort noch irgendeine Challenge vor abdrehe oder so. So kann ich auf einem Zweitkanal einen Vlog auch nochmal gleichzeitig machen und euch einfach wichtig zeigen, was hinter den Kulissen abgeht, was in meinem Leben abgeht, lustige Sachen, alles. Leute, ich will wirklich nicht immer auf Krampf jetzt lustige Vlogs oder so machen, sondern ich will und ich habe Bock, euch einfach durch mein Leben mitzunehmen. Ich habe einige Pläne, einige Ziele, einige Sachen, die ich machen will und irgendwie habe ich Bock, das zu verewigen und euch teilhaben zu lassen, euch vielleicht gewisse Lessons dadurch mitzugeben, was ihr, vielleicht könnt ihr was daraus ziehen, ihr was daraus lernen und ja, deswegen versuche ich das mal und es ist wirklich nicht leicht für mich, also dazu komme ich dann später auf jeden Fall nochmal. Dazu kommen wir nicht später, dazu kommen wir jetzt, ich keck, habe vergessen, das dann noch aufzunehmen, weil ich mich nicht mehr daran gedacht habe. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass es mich wirklich Überwindung kostet, sage ich jetzt mal, einen Zweitkanal aufzumachen und da so Vlogs zu bringen, weil es halt ja, wieder eine neue Sache ist, sage ich jetzt mal für mich und das irgendwie nicht leicht ist, wie so überall, wenn man wieder wo rein startet, sage ich jetzt mal, also frisch, das startet es immer nicht leicht, man muss immer so einen Schritt ins Ungewagte machen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr Bock drauf habt und ob es euch gefällt, ich hoffe es natürlich, aber ja, deswegen bin ich mir da einfach sehr, sehr, sehr unsicher. Ich habe über zwei Monate, glaube ich, über dieses Thema nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht, mir jetzt einfach gedacht, so soll ich jetzt nochmal weiter darüber nachdenken und nochmal, nochmal, was bringt es. Einfach ins kalte Wasser gestürzt und ja, so sieht es aus. Deswegen aber kostet es mich auf jeden Fall gut überwinden. Jetzt muss ich erstmal Autoreifen wechseln. Bevor ich da jetzt reingehe, kann mir jemand verraten, wir haben es Mitte Mai, und das Wetter, Digga, es hört bei uns in Österreich, in Wien, nicht auf zu regnen. I need help, please. Das Auto steht jetzt hier, ich habe jetzt Reifen gewechselt. Und jetzt mal schauen, ist Reifen wechseln schwierig? Wirklich, so das Erste, was man lernt, oder? Perfekt, dann schaue ich da mal zu, vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal. Ich würde gerne die Handwerkskerte. Ja? Ja? Ich würde gerne. Aber ich bin zu Unfake dafür. Wirklich Handwerktechnisch, absolut ein Mund von zehn. Sorry, ich habe es nicht richtig. Es ist krass auf jeden Fall. Der Kollege Simon, gerade sein Vater arbeitet hier, sein Cousin. Er? Also richtiger Family. Und sein Vater auch, aber er ist kameraschonig. Aber richtig krass auf jeden Fall. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie gefickt sind meine Felgen? Ich bin schon wirklich... Also, das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus, oder? Oh, schau mal die Kanten an. Ist das schlimm? Ich finde es. Ich habe einige Randsteine mitgenommen in letzter Zeit. Ja, Autofahren muss ich noch lernen, irgendwie, aber... Jetzt habe ich, ich habe den Führerschein schon zwei Jahre, aber es wird nicht besser. Gestern erst, ich fahre so um eine Kurve und ran, dann schnell mitgenommen. Ich weiß nicht warum. Deswegen habe ich Schiss, wenn ich mir irgendwann mal ein heftigeres Auto hole, die Felgen davon zu schrotten. Brauchst du aber immer so lange, um die Reifen zu wegziehen? Nein, braucht es nicht. Spaß. Spaß, Leute, Spaß. Okay, das waren auf jeden Fall ohne Witz richtige Ehrenmänner, war richtig lustig. Sie haben da jetzt einfach mal eine Dreiviertelstunde oder so verbracht, gelabert, Reifen gewechselt, war auf jeden Fall chillig. Jetzt erst mal ab nach Hause. Ich brauche was zum Essen, ich habe noch nichts gegessen und wir haben es 12 Uhr. Und dann werde ich auch schon losfahren, weil wir treffen Paul. Ich werde zu Paul in die Wohnung fahren. Ich sehe dich zum ersten Mal. Bin ich sehr, sehr gespannt. Da freue ich mich schon drauf, weil wir eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache besprechen müssen, abklären müssen. Positive Sache natürlich, keine negative in meiner Lieben. Und da freue ich mich schon drauf. Deswegen müssen wir halt dann zu Paul fahren. Standardmäßiges Frühstück, meine Lieben. Ihr kennt das seit Jahren. Porridge. Einfach, ja, Haftflocken mit 60 Gramm Eiweißpulver. Ich werde euch das Eiweißpulver, was ich verwende, für meinen Porridge unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr gerne auschecken und ausprobieren. Mit Code manuell, ihr wisst ihr Bescheid. Sparte maximal, das heißt benutzt unbedingt den Code. Leute, ich sag's euch. Ich hoffe einfach wirklich, dass ich diese Vlog gefallen. Ich hab da so Bock drauf, aus meinem Leben alles mitzuzeigen, was es auch immer zu zeigen gibt. Auch wenn ich random, keine Ahnung, mit einem Freund irgendwo hinfahre oder so. Mal für zwei Tage da einfach den Urlaub, den Trip, was auch immer vloggen, was alles so passiert. Gym wird kommen. Alles wird kommen, Leute. Das soll einfach so ein Allrounder-Channel sein, wo nichts zu ernst genommen wird. Ich will nicht die übertriebensten, aufwendigsten Schnittvideos da jetzt machen, wenn ihr wisst, was ich meine. Sondern einfach nur natürlich, ähm, ja, Vlogs. Und Digga, warten wir's mal. In meiner Air Force-Sohle, wenn ich geh, ist einfach Wasser drinnen. What the fuck? Wie geht das? Freunde, ich sag's euch, wie's ist. Zählt über den Tag hinaus, wie oft ich in dieses Auto steige und rumfahre, weil ich die ganze Zeit irgendwo hinfahren muss. Aber egal, es bockt, weil es ist für geile Sachen. Und was ich noch sagen wollte, worauf ich auch richtig Bock hätte, also Reisen macht mir extrem Spaß. Es ist zwar fucking teuer und es hat mich dieses Jahr schon sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet. Ich kann ja mal eine Zahl raushauen. Ich glaub, ich war in Dubai am Anfang des Jahres und dann sechs Wochen in Los Angeles. Nagelt mich jetzt nicht fest, ich weiß es eh nicht. Dafür müsste ich jetzt das Konto checken, aber ich glaub, ich hab in diesem... Da war ich zwei Monate dann insgesamt unterwegs. Ich hab da, glaub ich, ohne Witz über 20.000 Euro ausgegeben. Und das tut schon weh, sag ich euch ehrlich, wie's ist. Vor allem, weil in meiner Lage jetzt, ich bin ehrlich mit euch, durch YouTube und so weiter, nehm ich da keinen Cent zurück ein. Meine YouTube-Einnahmen sind wirklich... Von meinen YouTube-Einnahmen könnte ich zum Beispiel noch nicht leben. Von meinen anderen Einnahmen schon, aber I don't know, Leute. So viel sei dazu gesagt. Das ist eben auch eine Sache, ich will einfach noch mehr transparenter mit euch werden. Und auch aus diesem Bereich, aus... Ich sag jetzt mal, ich... Das hört sich immer so komisch an, aber aus dem Business-Bereich auch einfach mehr zeigen und mehr erzählen. Ähm, sofern sich dir die Möglichkeit halt ergibt, gib mir da bitte unbedingt Feedback, was ihr dazu findet. Ähm, ich hab jetzt genug gelabert, wir fahren jetzt zu Paul. 36 Minuten Fahrt zu Paul! Let's go! Digga, die Scheiße kann ja auch noch an mir passieren. Ich habe den Autoschlüssel im Auto vergessen. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei Paul. Okay, schon mal wunderschöner Eingang, meine Lieb. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal bei Paul. Interesse kann ich euch leider nicht zeigen. Das ist ein Meeting, das ist ein Meeting. Okay, eines gefällt mir, Camilla, an eurer Wohnung hier. Ihr habt einfach kein Licht da. Das ist... Lampen! Achso, okay, Lampen. Okay, okay, Licht haben sie. Und jetzt hat Camilla einfach hier... Ich weiß nicht, ihr habt da Burger King was geholt anscheinend. Nur nicht, Paul ist das nicht. Ja, Paul ist das nicht und Camilla hat da was geholt und da ist einfach... Blend-based soll das sein. Es ist einfach Fleisch drin. Ich glaube, das ist Fleisch, ja. Crazy, weil ich hab gerade eben gekostet. Ich esse ja bekanntlich noch Fleisch, meine Lieben. Aber muss man schon sagen, Burger King? Krass. So, Paul-Meeting fertig. Wie war Kathmandu, Paul? Paul war ja unterwegs. Das, was du verraten darfst, du glaubst ja nicht zu viel verraten. Kulturshow kann man schon mal sagen. Das heftige ist, dass Paul zu mir gesagt hat, nämlich, dass man richtig oft da Lebensmittelvergiftungen bekommt. Das ist gleich, ein paar Tage vor dem Abflug, dann aufgelegterweise hat es genau ihn erwischt. Ja. Hast du das so abgenommen? Also normal, ich glaube jeder Zweite hat normal eine Lebensmittelvergiftung. Der dort hinreist? Holy shit. Generell, da wurden auch erzählt, dass bei der Tour eigentlich nur so die Hälfte oben ankommt, wenn überhaupt. Bei euch sind alle angekommen, darfst du das verraten? Das darf ich nicht verraten. Okay, ich bin gespannt, wie im Juni ausgestrahlt, war anstrengend, sagst du? Ja, ich hatte ja jeden Tag sechs Besatz schon wandern, das ist nicht eines Bodybuilders einfach. Aber dafür ist die Form, finde ich, noch immer am Start, wie immer. Dafür ist das angeschön. Ja, Digga, das ist ja das Beste. Aber hattest du immer, wie passiert, oder die Unterarme? Ich verstehe das nicht, ich hatte eigentlich immer so einen Hut auf und die Sonne ist eigentlich nie direkt auf mich geschienen. Perfekt. Wenn es so die Bräune überall wäre, dann wäre es wunderschön. Aber die holen wir uns im Sommer zurück. Schreibt in die Kommentare, wohin wir reisen sollen. Perfekt. Pamela freut sich. Fertig gekocht, es gibt eine schnelle Mahlzeit. Reis mit faschierten bzw. Hackfleisch. Und danach geht es gleich weiter. Dann treffe ich noch bzw. habe noch einen wichtigen Termin. Und dann ist der Tag gefühlt eh schon wieder um. Also wir haben es jetzt 16.30 Uhr, um 17 Uhr muss ich auf jeden Fall los. Das heißt, jetzt habe ich eine halbe Stunde, um zu essen. Gym wird heute übrigens noch ausgelassen, weil ich gerade etwas verkühlt bin, was richtig, richtig scheiße ist. Hoffentlich ist das in den nächsten zwei Tagen zu 100% weg, dass ich endlich wieder pumpen kann. Und ja, jetzt erstmal Gainsafe. Digger, auf ein neues, meine Lieben. Fertig gegessen. Jetzt heißt es, ich muss meiner Mutter kurz bei etwas helfen. Zweite Sache, dann fahre ich eben wohin, weil ich noch einen Termin habe. Er muss noch zwei Kollegen abholen, die mit bei dem Termin sind. Und ja, dort sehen wir uns dann wahrscheinlich kurz wieder. Mal schauen. So, meine Lieben, willkommen back. Ich weiß nicht, drei Stunden sind mittlerweile vergangen. Chris, Chris, hast du was zu sagen für meinen Vlog? Du musst, wenn, diesen Shot will ich nicht in dem Video sehen. Ich kann nicht. Chris ist kamerascheu. Ich bin kamerascheu. Aber er ist der beste Kaffeemaker. Auf jeden Fall, schau dich das mal an, wie krass. Ich denke mir jedes Mal, wie geil, Chris, wenn du hier ein Date hast. Oder da drüben ist auch nochmal so eine Terrasse. Das kann schon ganz geil sein, aber wir hatten auf jeden Fall da jetzt, gerade, ich glaube, die letzten zwei Stunden. Geiles, ich nenne es jetzt mal ein Meeting. Geschwollen, ausgedrückt. Und ja, mal schauen, was sonst noch so ansteht. Jetzt auf jeden Fall. Schönen wir noch ein bisschen, was auch immer. Und sonst, I don't know. Sehen wir gleich. Wir haben es 23.20 Uhr vorhin gerade nach Hause gekommen. Frisch geduscht. Jetzt noch kurz gegessen. Und eine Sache erledigt. Eine ganz, ganz wichtige. Und ja, Digga, heute waren einige Erledigungen am Start, habt ihr gesehen, auf jeden Fall. Wir haben gut was vorangebracht. Und ja, ich konnte euch einfach, glaube ich, entspannt durch den Tag mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich komme jetzt noch den Shake rein. Ihr seht, ich bin ein bisschen in den Schal geworfen. Ich treffe jetzt noch ein paar Kollegen. Und vielleicht haue ich euch jetzt noch ein paar Clips rein von dem anstehenden Abend jetzt. Ich will nicht zu lange wegbleiben, aber ein bisschen einfach ganz, ganz entspannt. Und ja, vielleicht kommen jetzt noch ein paar Clips. Wenn nicht, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Peace out. 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 Untertitelung des ZDF, 2020